Und in den letzten Wochen und Monaten, ihr stellt euch alles so dar, wie ihr in eurem ganzen Leben nie Verfehlerungen gemacht habt. Ihr habt alle Spiele gewonnen. Ihr habt alle Spiele gewonnen. Ihr wart 0 zu 2, 4 zu viel drin. Und so wird ein Bild von einem Spieler, Oliver Kahn, gezeichnet. Das ist eine Sauerei. Und es kann nicht sein, dass der... Ich danke nicht viel von dir. Ich erwarte nur Respekt von dir und nicht mehr und nicht weniger. Ich bin kein Angestellter des FC Bayern. Ich habe meine freie Meinung. Und die wird er auch weiterhin sagen und weiterhin kundtun. Ich habe nicht unter die Gürtellinie geschlagen und dabei bleibt es. Aber ihr kritisiert oft Dinge. Hier, ich möchte das Verschamurteil. Auch du? Möchte ich auch ich, aber nicht ihr. Das musst du ganz ruhig sagen. Ja, aber ich hoffe noch, aus sich herauszumachen, zum Beispiel, wenn die plötzlich doch manchmal ungefragten Singen, wie sehen Franz Beckmann aus dem Altrient? Gute, gute, komm niemand drinnen, immer billig, da ist es schön. Das ganz weise sehen. Daher war ein Volkgespiel in der Mathe. Ja, deswegen weiß ich das. Nein, ich fand das Lied nur bis gut damals. Also ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlecht. Er hätte eigentlich nur eine Folgesingle machen müssen. Also ich komme ja aus dieser Generation. Das war wirklich ein Nummer einzeln. Du glaubst es nicht. Du bist ja alles, was der Reiser macht, wie in der Qualität. Du hast ja 500.000 Klang verkauft. Ja, ja, ja. Das ist so ein Idiot.